Ba-da-ba-du, 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 ba-da-ba-da. Von allen Wörtern hört man heut am meisten. Das Wort ein Schuster bleibt bei seinem Leisten. Doch sagt das jemand mir, sag ich, was schreist denn? Ich kann mir meinen Leisten nicht mehr leisten. Schwung und außerdem, und das kommt noch dazu. Du lässt folgende Idee mich nicht in Ruhe. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Was mach ich, wenn ich keinen Leisten hab, bei dem ich bleiben kann? Und hinter meinem Ohr zu wenig Belatz, wohin ich schreiben kann? Und wenn ich nicht zwei Übel hab, dass ich das Kleinere wählen kann? Und niemals eine Reisetage deshalb nichts erzählen kann? Was mach ich, wenn ich tanzen will und keinerlei Vulkanbesitz? Und weder eines Pudelskern noch eine schiefe Bahn besitzt? Ich hab auch kein Kolumbusei, ob das mich nicht zu schaden führt? Und auf der schönen Weg der Stadt nach Rum, nach Baden, Baden führt? Ach, ich bin so verzweifelt, ei, 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 wenn du warst. Was werden die Leute sehen? Was werden die Leute sehen? Was werden die Leute sehen? Ach, ich bin so verzweifelt, ei, 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 ei. Die Leute tuschen zu, weil du, wie du warst.